Hallo, mein Name ist Sascha Braun, ich komme vom Reitclub Aachen und bin 21 Jahre alt. Ich habe soeben die Eickrack-Qualifikation in Kirchstockach gewonnen mit meinem Pferd Rammanshof, Serafina. Da bin ich auch sehr glücklich drüber und dadurch auch das Finalticket für Salzburg erreicht habe. Und wir danken auch den Sponsoren Thomas Sabo und Herr Hintelang, auch der Familie Gallinger hier in Kirchstockach für das schöne Turnier, dass dieses Sprung überhaupt ausgetragen werden durfte. Und wir hoffen auf weitere gute Eickrack- Qualifikationen dieses Jahres noch und bis zum Finale in Salzburg.